Waage, Hallihallo, Waage, Wochenhoroskop, na gut, Wochenausblick, so sag ich das einfach mal ganz gerne, ja. Wow, schau mal, wenn du einen Traum hast, wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du dir was vorgenommen hast, ja, ein Ziel, ein Projekt, du möchtest etwas verändern und bist dir zu tausendprozentig sicher, dass es das Richtige ist, okay, geh in die Umsetzung, lass dich nicht ausbremsen, okay. Es kommen neue Frequenzen auf dich zu in der kommenden Woche, es kann sein, wie der Löwe Schütze, wie der Schütze Wassermann könnte auch ein Thema sein nächste Woche. Es geht aber darum, dass nächste Woche wird es Zeit zu handeln, nächste Woche wird es Zeit aktiv zu werden, nächste Woche wird es Zeit definitiv, ja, eine Entscheidung zu treffen und einen Weg zu gehen. Es ist wichtig, dass eine gewaltige Veränderung auf dich zukommt, weil es ist Zeit zum Handeln, ja. Du zögerst etwas schon seit längerer Zeit hinaus und nächste Woche ist sie nicht mehr aufzuhalten. Entweder in der Liebe, ja, weil du jemanden aufsuchst, was weiß ich nicht, ja, weil du jemanden verlässt. Also es haben unterschiedliche Frequenzen hier gerade Gehör gefunden, aber das ist mir ehrlich gesagt auch total Wurst, ja, weil es ist nur eine kurze Einblicklegung. Möchtest du mehr wissen, schreib mich an, Notfall am gleichen Tag. Wenn du einen Notfall hast, okay, ansonsten eine Legung, ich habe nur noch vier Termine frei, beziehungsweise drei Termine habe ich nur noch frei, okay, für den Monat Februar. Und wenn du eine zielorientierte Therapie haben möchtest, schreib mich ebenfalls an, Rituale, Blockaden, Lösungen, also alles, was in deinem Sein zugute sich entwickeln kann. Okay, schreib mich einfach an und dann wirst du die Antwort schon bekommen. Aber hier geht es darum, Waage, schau mal, ja, es ist einfach wichtig, dass du dich nächste Woche ein bisschen anpasst an die Situation, aber auch gleichermaßen aktiv wirst, Initiative ergreifst, damit sich etwas endlich klärt. Es ist so wie ein Gemisch zwischen Waage und jemand anderen, Waage und seine eigenen Gedanken. Waage, eine Mega-Veränderung muss langsam auf dich zukommen, eine Mega-Veränderung will auf dich zukommen. Okay, pass dich der Situation an, setz dich für dich selber ein, es ist Zeit zu handeln, aktiv zu werden, damit die Sachen zu deinen Gunsten ausfallen. Also ran an die Wurst.